Willkommen zurück zu Prop Hunt Gmod mit unserer lustigen Truppe und zwar Dalu. Hallo. Ralfinger. Servus. Renz. Hallo. Dann, wen hätten wir noch? Ich hab grad TS nicht offen. Und mich natürlich. So, wir spielen hier 4 gegen 3. Also da müssen wir ja auch mal gucken, wann wir drücken und wann ihr drücken muss. Hallway, ne? Oh, das sieht hier ein bisschen verdächtig aus. Oh, da kommen sie schon, die ersten. Und da hauen sie wieder ab. Ach mal. Und da hab ich schon Grenz. Cheat. Wie findest du die nur so schnell? Grenz. Hallo. Das sind die Prop Hunt Tricks. Okay, Ralf, nicht schlecht. Nicht schlecht, Ralf. Kann man machen, oder? Kann man machen, ja. Kann man so anbieten, ja. Kann man versuchen. Fürs erste Mal ganz okay. Kann man durch diese Dinger hier nicht durch. Eiskalt hat er. Hat er sich ans Tür verkleidet und an eine Watt gestellt. Kann man machen, oder? Das wär richtig geil. Da kommen sie und suchen hier alles ab. Da kommen sie lange suchen, da. Ja, aber warte mal. Wenn du ihn siehst, dann ist das ein guter Tipp für uns. Ne, ne, ne. Kann auch Dalo fliegen. Durch die Wände gucken. Ach so. Ach, Dalo lebt noch. Ne, Dalo ist tot. Ich glaub, da bin ich wohl nur morrt. Eiskalt. Ach so, die Kills zählen immer erst nach einer Runde dazu. Und die Tode. Ach so, ja das schon, aber der Name ist im Scoreboard ausgegraut ganz leicht. Ah, stimmt. Hier war ich doch überall schon. Wer ist denn denn hier vorbeigelaufen, Ralf? Wie bitte? Ja, mehrmals. Ja. Mit alle Mann. Erst diese Konsole hier. Die Bedienungskonsole. Der Tor beöffnet. Eintritt zu Lark, sie trägt. Schlag sie. Schlag sie. Schlag sie. Mach das Ding klar. Eiskalt. Ich guck hier grad, ob's hier noch ein paar echt fiese Ecken gibt. Ja, ich bin auch schon am suchen, aber... Es gibt, es gibt schon Eintritt. Aber er muss ja, er muss ja gleich drücken. Verzeiht euch ein bisschen. Verzeiht euch mal genau. Ich bin oben. Oben? Ach, hier geht's nicht weiter. Ja, die kleinen Treppen hoch, ja. Es gibt Treppen. Ruhe. Und drücken. Du hast nen Sound, ey. Hä? Hä? Hier, Schrappiger. Jetzt hat er sich die AP gewonnen. Da hat er sich die AP gegönnt. Wow. Sehr schön. Schnell den Schrank gewechselt noch. Mist, er ist weg. Wir haben verloren. Was machen wir jetzt? Weiß doch nicht so genau, wo ich hin will. Das ist die Zeit. Scheiße, ich hab nichts. Wir sind noch 15 Sekunden. Noch halbe Minute Zeit. Noch 10 Minuten. Verlegt da was. Oh Gott. Oh Gott, was hab ich getan. Oh Gott. Bin mir auch nicht so sicher, ob mein zu... Die Musik gerade. Das war auch scheiße, ey. Wenn wir dann zuerst um die Wand rumlaufen wollten und dann gemerkt haben, hä? Hier ist ja kein Raum. Dann muss ich wieder zurück. Ähm, okay. Okay. Ich werd wahrscheinlich als erster drauf gehen. Ja. Ich kann endlich auch drauf gehen. Äh, da Lukard. Könntest du bitte woanders hingehen? Dadurch, dass bestimmt unser Männchen... ...steht in der Ecke. Oh. Oh. Er hat ihn erwischt. Ralf hat mich abgestattet. Nephias ist... Oh. Nephias ist gut. Das geht gut, ey. Nephias ist gut. Crabson. Ja. Oh, Schilling, okay. Verrat doch nichts. Oh, Schilling, okay. Ja, verrat doch nichts. Oh, Schilling, du bist mit dabei. Schilling, ja. Achso, der hat sich mit dem Schilling verwandelt. Wie ist die kleine Münze in der Ecke? Sucht ein Schilling. Ich sag euch folgendes. Ich hab 100 HP. Dad, du bist ein Arsch. Die Flasche stand zu ordentlich. Krass. Ja, schon. Oh, Mann. Wieso ballerst du einfach rein auf Verdacht? Nee, nee. Das war die selbe Flasche, die dann nochmal stand. Also das war krass. Nephias ist gut. Könnte... Könnte enorm. Ich bleib hier. Kann man machen, sagt er. Ja. Was ist das denn hier? Doppelbank, oder? Double Rainbow. Double... Double... Er muss ja so ein ganz billiges Versteck haben. Ja, ungefähr wie Wallfohlen. Und dann so unter irgendwelche Dinge. Aber dann... Ich weiß vielleicht wieder die letzte Flasche. Beim nächsten Mal, Jungs, machen wir einfach so eine Flaschensammlung. Stellt alles zusammen. Wie so eine Bowling Pins aufgestellt. Müssen die jetzt eigentlich öfter drücken dann? Nein, nein, nein. Wir sind ja die besseren Sucher. Also stopp doch. Also recht. Das sind nur die schlechteren Props. Ich bin der Letzte? Ja. Oh Gott. Nee, nee, was bist du denn? Ich glaube, es leben noch zwei. Was bist du? Netter Versuch. Ein Schrank bin ich. Ich habe 200 HP. Ich wurde als schwank geflüchtet, wenn ich es sogar geschafft habe. Ganz warm, ganz warm. Ihr seid ganz nah dran. Ganz nah dran. Ganz nah dran. Rastet ein bisschen auf und schießt rum. Verteidig noch schnell. Und F3. Es ist in dem selben Zwischengang ungefähr, wo... Ich habe noch genug HP, um auf alles einmal zu schließen. Doch, wieso noch? Da ist er! Da ist er! Da ist er! Dass du gelaufen bist von der Fehler. Wenn er nicht gelaufen wäre, hätte würde, könnte... Schade. Man, 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 man. Ich glaube, wir snacken den Dalu jetzt weg. Träumen weiter. Träumen weiter hier. Werden wir ja sehen. Ja, das werden wir sehen. Werden wir ja sehen. Werden wir sehen. Und zwar in 15 Sekunden. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Danach bin ich ein Staubartikel. Ich will eine von diesen Flares, die jetzt auf dem Boden liegen. Ja, habe ich auch schon versucht. Ja, es gibt aber viele Sachen, die gibt es nicht, um sich zu verstecken. Ja, es gibt nicht viele Objekte, das ist korrekt. Was ist das denn? Ich häng hier fest, scheiße. Ich werde gleich getötet. Ah, interessant. Da ist ja der Dalu. Na, was habe ich denn gesagt? Dalu, hä? Oh, die Flasche fehlt hier. Ja, ey, Alter. Der wendt hier weg und ihr checkt das nicht. Alter, ey. Der ist an euch vorbeigewandt. Das war er? Ja. Ey, wie viel HP hast du denn als Band? Ah, Crams. Was hatten wir denn da? Ich hatte nur 26, dann bist du abgehauen, ey. Schade. Ich habe es noch richtig verstanden. Vor allem, weil auch Blut auf dem Boden war. Das habe ich nicht gesehen. Alter, wer war da fohlen, ey? Oh, teils. Welcher Verkackbesucher war das? Der Dalu wendt fast zwischen deinem Bein durch und der quitts nicht mehr mit. Ähm, weiß ich nicht. Ein richtig gutes Verstecken. Ihr beide seid so richtig low, ey. Weil es nicht, wer schlechter ist. Ey, wenn das Versteck gewinnt, wäre das traurig. Ich glaube, das hier ist Dalu, Leute. Wieso, weil das das noch schlechtere ist? Und das hier? Ne, weil ich glaube, ich habe da kurz deinen Namen aufblinken sehen, aber... Das hier müsste Ralf sein. Das ist ja genial. Das ist so low, ey. Wollt ihr mich verarschen? Soll ich noch eine Schufe draufsetzen? Nein, lieber nicht. Du musst jetzt drücken. Soll ich nochmal? Jetzt, Achtung, jetzt, jetzt, pass auf. Ich habe nichts gehört. Bei drei Minuten, ich habe nichts gehört. Bei zwei dachte ich. Was? Oh oh, jetzt eskaliert er. Da ist er. Please come again. Oh, alle bei Daniel. Ihr habt doch gesagt, ich snack dich weg. So, jetzt fehlt noch Ralf. Guck dir mal an, wo Ralf ist. Oh, nicht schlecht. Kann man machen. Ich habe schon drei mal freigedrückt. Please come again. Vier mal. Ach, die sind ja. Ah, ich glaube. Warte mal. Oh, Krabs, das war richtig geil. Er ist einfach um die Ecke gerannt. Oh, Krabs ist eine Art. Da kommst du glaube ich nicht drauf. Oder? Fabin. Wow. Wo war der? Ernsthaft? Wo war der? Hier zwischen den Felsen. Hier in der Ecke. Okay, als Flasche. Ach so, okay. Ich habe mich in das verwandelt, was ich bin. Flasche. Please come again. Echt jetzt. Das heißt, wenn man das jetzt nochmal macht, wäre das billig, oder? Echt jetzt. Wie kann ich hier verstecken, ey? Oh, komm, eine Sekunde. Das fällt aber nicht auf. Eine Sekunde, los geht's. Nein. Falsche genommen. Und Scheining hängt, glaube ich, auf. Ich glaube, Schillen, ne, wer ist und dann hängt fest. Ja, ich hänge auch fest. Jetzt hängen sich als fünf Schränke oder so. Was ist das denn? Ich hänge fest. Einer versperrt mir den Weg. Ich musste unweigerlich noch schießen. Da ist doch der Nächste. Ich bin doch wieder frei, aber ich passe hier nicht vor durch. Schillen, schlecht, dadurch, schlecht. Und dadurch. Ich kann hier nicht mehr weg. Komm, verdünft sich durch. Extrem schnell fest. Reib nicht auch noch Salz in meine Wunde. Okay, ich muss es riskieren. Da ist er. Ich sehe ihn im Mittelgang. Nein, das ist Quatsch. Was passiert hier nicht vor durch? Ich habe ihn. Hallo. Ich wollte mich als Hunter verkleiden. Jetzt werden wir noch Schilling. Da ist der andere. Pedalu hier hinter uns. Er kommt. Das war eine Scheiße. Das war eine blöde Runde. Easy Game. Easy Game. Easiest round of my life. Oh nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Was hast du getan? Alter, ich hänge hier fest. Gott sei Dank. In der Map darf man noch keine großen Sachen nehmen. Oh nein, ich hänge fest. Nee, auf keinen Fall. Ich stacke auch. Ja, es gibt halt sau wenig Sachen einfach. Du musst was von den kleinen Dingen nehmen. Genieße die kleinen Dinge. Los geht's. Nein. Hängst du noch? Unfair. Okay. Los geht's. Ich höre die Tastatur. Du hängst noch. Ich bin zwei. Ich bin fast minimal glatt. Oh, wie schnell. First Blood. Wie denn das? Ah ja, Dalu, die war ich ja vorhin auch schon. Ach so. Oh, jetzt hast du verraten. Der hätte mich nie gefunden, wenn du das nicht gesagt hättest. Ja, das war doch genau auch Nephi, der mich auch vorhin so entdeckt hat. Ich finde ja das Versteck von Ralf einigermaßen okay. Nein. Es gibt nur einen Haken. Ja, aber den weiß er nicht. Ernsthaft? Was habe ich denn wieder vergessen? Wir können es jetzt noch nicht sagen. Ja, das können wir nicht sagen. Ja, okay. Er steht wahrscheinlich einfach schlecht. Also unnatürlich. Ja, ziemlich. Darf ich auch, Mann. Sind sie gerade aus dem Blickfeld geahnt, ne? Naja. Das heißt, wir sind genau in der Nähe, wenn sie das sagen. Ja. Das sehe ich nämlich auch so. Alle stehen da alle um dich rum. Alle Psychospielchen machen wir nicht mit. Schön, Ralf. Wir glauben an dich. Du bist der Spiegel. Ja. Ich gebe mir auch größte Mühe, total unauffällig zu sein. Nein, der Spiegel. Das gibt es doch nicht. Oh, ich habe ihn, ich habe ihn. Was ist da? Ein Kasten, ein Kasten. Ah, okay. Alter. Ich stelle sie einfach auf die andere Seite. Wieso warst du die Tür zu? Nein, das war Ralf. Das war Ralf. Okay. Was seid ihr denn? Richtig gut, Ralf. Schade. Ihr habt die Tür doch zugemacht, ne? Das hat funktioniert. Ja, sehr geil. Das ist meine eigentliche. Ja, du warst leider falsch rum, Ralf. Ja, eben. Ach, stellst du vorne und hinten oder was? Das wusste ich nicht. Der Rücken war zu der Seite gedreht. Scheiße, das wusste ich nicht. Ja, aber ich dachte, wenn man die Kamera dreht, sieht man das nicht. Ja, nein, nein. Aber der Schrank, der steht ja so, wie du ihn kopierst. Und er hat sich dann an die andere Seite gestellt. Ah. Und stand dann falsch rum. Ja. Aber dafür hat es am Anfang ganz gut funktioniert, ne? So, die erste Minute. Ja. Echt jetzt. Und so eine Tür zu machen ist auch gut. Das hat schon schön gut funktioniert. So, Dada schenkt wieder fest. Ja, sehr gut. Nein, Mann. Und Schilling auch. Bevor es losgeht. So, wo sind wir? Boah, Alter. Wartet noch kurz, ich will zehn extra Sekunden. Kommt schon, kommt schon. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh, Mann. Ja, nehmt mich. Hä? Hinter uns ist was. Ich glaube, hier ist irgendwas gelaufen. Was? Das sieht hier komisch aus. Geh mal weg da rein. Die Bank da hinten ist die normal. Ja, aber irgendwas ist hier trotzdem komisch. Okay. Easy game da. Eine Heizung, die auf dem Boden steht. Wie schmeißt du die Granate nochmal mit G oder was war das? Rechte Maustaste? Ich weiß schon gar nicht mehr. Rechte Maustaste mit dem SMG. Oh, Nefias, das ist auch gut. Irgendwie rate ich das doch nicht so ganz wie meine eigene Kamera im Vergleich zu eurer. Solange du dich nicht bewegst, sehen die anderen das eigentlich nicht. Ja, aber du kannst deine Kamera ruhig bewegen. Ich kann nicht die Kamera bewegen, aber nicht WASD drücken. Ja, genau. Kann ich verstehen, dass ihr mich nicht gefunden habt. Ey, wer ist denn das daneben? Noch das hier. Hier haben wir einen. Neben dem oder der Unterne? Echt? Ich bin, ich bin der unsere. Der obere. Verdammt nah dran die Jungs. Wer weiß wo die sind. Geil. Ihr müsst jetzt auch F3 drücken. Nein. Doch. Jetzt noch nicht. Erst in. Drei. Zwei. Eins. Ja. Oh Gott. Nein. Ja, Gott. Okay, nice. Wer ist denn das zusammengesackt? Es geht sich gar nix an. Das war auch der Sound den keiner gebrauchen konnte. Ja, und die andere hab ich nicht gehört. Die andere Prop. Hab ich nicht gehört. Was ist denn mit der Bank da hinten los? Dadosch echt gut? Dadosch ist echt gut. Dadosch ist echt gut. Dann Quatsch. Also ist es richtig schlecht. Oh doch. Aber Ralfinger ist ganz schön nah dran muss ich sagen. Das glaube ich dir nicht. Doch, doch. Meint dich, Grinch, was nah dran. Wie viel HP hat man eigentlich als so'n Wandschrank? 450. Ja, da hinten. Da musst du durch. Kommt da auch mal einer vorbei? Wir bitten um Musik. Bitte stille. Ah, er ist hier bei mir. Ah, du hast dich falsch bewegt, ey. Ja, du hast dich falsch bewegt. Hättest du schaffen können. Wenn du hier rumgetänzelt wärst, hättest du das sogar überlebt, ey. Ich bin hier rumgetänzelt, er hat eine Granate gemessen. Ja, einmal falsch. Einmal bist du voll in sein Sichtfeld. Ach so, ich dachte, er hat mich vor allem schon gesehen. Nee, 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 du warst die ganze Zeit hinter ihm. Und einmal bist du dann aus Versehen folgen. Und dann bist du in sein Sichtfeld gelaufen. Und da meint er, ach, nö, so. Und los geht's. Träum weiter, ey. Erstmal schön unter Druck setzen. Panik Ehe gedrückt, jetzt in der Bank. Diesiger Schrank, verpackt. Und jetzt geht's los. Attacke. Okay, keiner ist die Flasche. Ich versuch das hier ganz genau. Aua. Ne, 4,45. Erstmal Massaker da angerichtet. Ja. Shit. Einer ist im Blutanen und hat alles kaputt. Au, shit, shit. Zu zweit die Treppe hoch und nicht gesehen, ihr Noobs, ey. Was jetzt? Ernsthaft? Ach, Quatsch. Lass ihn labern. Lass ihn doch reden. Ja, aber der lebt ja noch, oder? Ja, ja, aber das macht er ja. Er kann durch Wände schauen, also ein Kram. Hier ist er doch. Da läuft was. Wow. Autsch. Oh, das gibt's doch nicht. Wir alle gegenseitig abschieben. Wie viel hart der? Der hat an. Auf wen schießen sie? Oh Mann. Auf mich haben sie zu dritt. Verfolgen sie mich. Ja, wie viel hart ist du? Ich meine, dass du sie von der Treppe weggehst. Was machst'n du denn da? Schön reif, schön reif. Du machst das. Alter, wie viel Leben der Junge hat. Leute. Scheiße. Ist der tot? Nein, der lebt noch. Er sich verwandelt. Lauf, Ralf. Ja, warte. Oh, oh, da kommen sie wieder in meine Nähe. Du hast immer die Treppe erwähnt, Granz. Ich saß doch da. Echt? Die ist immer wieder zurückgekommen. Ich hatte nicht gesehen, warst du da neben mir genau, oder was? Drei Mal sind sie mir vorbei gegangen. Ich dachte, jetzt hab ich's endlich. Und dann sagst du, oh, sind sie wieder weg? Hat jemand schon die Heizkörper abgecheckt? Kann man ja nicht aufheben, oder? Nee. Das war jetzt nicht so gut. Hier. 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 Dort. Drütt links. Rechts. Jawoll. Wieso machst du denn alles kaputt? Warum nicht? Das macht doch Schaden, oder nicht? Ach, das war ich hier. Schaden. Oh nein, ich bin schon wieder an den Tisch und Buggy herum. Oh, das kann... Beste Aufnahme ever. Wandelt euch doch nicht auf ihm als Tisch. Wer nimmt eigentlich einen Tisch? Das ist eine gute Frage. Fuck! Da hat noch einen Tisch, genau. Ich hätte die Runde das gleiche. Wieso stecke ich denn jetzt fest? Ah, Gott. Ach komm, lass mich in Ruhe. Ach, es geht auf die Sockenboilette. Da, du. Lol. Ne, wir sind ein bisschen out of context hier. Was? Hast du gemerkt, dass da Flaschen standen, oder? Ne, dass da keine standen. Die sieht man ja, die ist ja weiß. Oh, Tade. Noch so ne weiße Flasche. Oh, Mann. Jetzt bin doch ich da, oder was? Das ist so scheiße, ey. Und jetzt. Oh, Krabs. Oh, Krabs ist gut, ey. Sagen Sie auch nur, weil der Ritz ist. Oh, Gott. Er hat schon wieder nicht gecheckt. Wer ist denn stehen geblieben? Ne, nein, der hat ja noch weiter geschossen. Ne, ich hatte auf die Kiste geschossen und hab dann auf die andere geschossen. Und erst dachte ich, hm, okay, die Kisten, die machen keinen Schaden, wollte weitergehen. Verdammt. Und dann kam mir die Kiste entgegen ran. Oh, war doch korrekt. Die lebt ja doch. Ja, vor allem was, du schmeißt deine Granate, weil alles ist kaputt, außer eine Kiste. Ja, zwei Kisten, da dachte ich, okay, die gehen nicht kaputt. Aber irgendwie gibt's ja kaum Möglichkeiten. Ja. Ich zeig euch jetzt ne Möglichkeit. Man hat schnell alles ausprobiert. Man hat schnell euch ausprobiert. Bei uns geht das immer fix. Was ist denn das für ein Versteck hier, Mensch? Ich hänge fast. Ja, ich auch. Ich pack jetzt den Tisch rum. Den ersten hab ich. Aha. Was hältst du von dem, Granz? Was meinst du? Warte mal, das ist Ralf. Oh yeah. Okay, dann bin ich gespannt. Könnt was werden, möchte ich brauchen. Kann man machen, oder? Ja, ich glaub auch. Wie geil. Du bist am Rohr oben, irgendwie. Ich bin rausgegangen, weil die Haustür offen war. Nee, da kommt er nicht hoch. Und draußen auf dem Parkplatz, da hab ich mich jetzt als Reifen versteht. Ach, in der anderen Map als Auto, oder? Ach, in der anderen Map als Auto, oder? Was war denn? Ihr standet aber auch alle da. Ihr standet alle um mich herum. Ja, aber ich hab dich vorher schon gesehen, aber ich konnte dich aber auf dich geschlagen. Komm, sag mal. Gut Geld Jungs. Gut Geld Jungs. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht rein. Tschüss. Tschüss. Ciao.